Herzlich Willkommen wieder zurück zu OpenTDD. Mein Name ist Wergen Gaming und wir gucken ob wir noch Probleme mit Züge haben. Es hat ja ein Problem gehabt, dass ich hier 26 Züge habe, jetzt habe ich mal 17. Die meisten sind aber so, dass sie herbringen und hier liefern. Die meisten, die wegbringen und warten, habe ich auf das andere Gleis rüber gebracht. Genau. Die warten ist eine da drüben. Da hat man jetzt noch drei, ich glaube fünf, äh, Sprit-Fahrzeuge, wir bringen hier noch wieder diese, was das hier gelaufen ist. Und hier waren auch sechs Züge. Da waren ungefähr sechs Züge. Das ist ganz gut so. Das müssen sie überall so breite halten. Das darf ich überall nehmen. Genau, so bedeutet es ja. Da haben wir noch ein Problem. Das haben wir hier ja auch. Hier haben wir ja auch. 26 Züge auf ein, auf ein Gleis. Auf ein Warnung. Ich habe Glück, dass der Treibstoff immer da ist, dass der Treibstoff, äh, immer wegkommt. Aber ich weiß denn nicht, dass ich hier nicht das hier nochmal. Ich könnte noch, ich könnte was versuchen, um das noch zu größer machen. Das ist nicht so toll. Das ist ein eigener Ding. Ja, das ist ein eigener Ding. Das will ich nicht. Oh nein. Oh, was? Jetzt kommt die mal rein, oder was? Der kommt nicht rein. Das ist ein bisschen groß. Das ist ein Siebretender. Das ist so close. Was weiß ich, das ist zu groß. Ich müsste eigentlich hier noch einen Baunauf hinbauen. Was kostet ihr? Was kostet ihr? Da hin. Die Metall kommt da hin. Was hier? Nitratbergwerk. Hm, kostet eine Juni. Nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. 3,7. 3,7. Und ein bisschen beschleunigen, dass ich das kriege. Nicht so gut. Nicht so gut. Nitrat weg. Nitrat hinbauen. So. Jetzt probieren wir, dass ich den Baunauf hier weiter anfühlen. Das kommt noch weiter. Das kommt noch weiter. Da hin. Nein, ich habe auch hier nicht hin. Ja. 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 Ich weiß es schon mal. Was ist das? Ich brauch das selber. Ich muss die auf West kriegen. Ich muss die auf West kriegen. Ich muss die auf West kriegen. Ich kann nicht sagen, dass es nicht auf West geht. Ist ja egal, ich kann es ja auch auf West machen. Aber ich muss sie schüffeln. 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 Ich will sie schüffeln. Das können wir erstmal weg machen. Wir wissen jetzt, was das mit den Zügen hängt. Was für Züge haben wir hier? Wir haben West und Süd. Denn im Aluminium, Ersatzteile, Öl, Stahl und Zettel. Da hast du gleich so weit meine Aufnahme an. Ach so. Ach so, du bist ne Ratte. Boah, Abzweig. Er hat hier den Scheiß nochmal gesucht hier. Guck, dass so ein Zug drin war. Er hat so nen Scheiß-Namen ausgesucht. Zweite Süd. Zweite Süd hört sich gut an. Zweite Zone. So. Jetzt wird er auch sind. Kann ich ja planen. Ach so, jetzt ist der hier auch falsch. Warte. Jetzt habe ich den ja auch verschont. Ähm. Warte. 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 Jawoll. Weder nicht кто. Ich muss da kein Auto reinsetzen, oder? Oh,ленre ist der nicht youtube oder Remember. Ich kann da mal nur fortfahren. しま klein mile�ig sch 這個. Die Hand ist so hoch, der Bahn ist so groß. Jetzt gehe ich hier auch kein Öl mehr her, das ist gerade das Problem, das ich habe. Nicht, jetzt muss ich das wirklich tun, das ist so krass, das ist so krass, das ist so krass. Jetzt will ich aber nicht mit der Autos fahren, das ist so krass, das ist so krass, das ist so krass. Jetzt wird es so krass, das ich hier nicht in den. Das ist so krass. 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 Da ist so krass. Das ist so krass. Das ist so krass. Jetzt lösen wir mal etwas hier, ich weiß nicht ob das noch was bringt. Jetzt wollen wir einfach wieder alles, das macht man hier noch darüber, ob etwas springt. Jetzt muss ich ja hier in die Herz 200 einstellen. Und das Öl, Öl, und hier, und hier, nah darin. Ich weiß nicht, ob ich hier einstellen. Ich weiß nicht, ob ich hier einstellen. Aber vielleicht das Problem muss ich hier auch haben. Jetzt habe ich hier schon 18 Euro eingeteilt. Ist nicht gut. Jetzt nimmt das Öl gerade sehr ab. Ja, ich weiß, ich muss das hier auch ändern. Ich muss die Züge. Ich muss jetzt aufteilen. Dann... Ich muss das Öl erst mal wieder da hin. Ich nehme es mir bitte Öl raus. So. 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 oben ein Problem. Achso, der hat noch kein Signal drin, da sehen wir das Problem. Ich habe jetzt hier noch 24 Züge, hier habe ich 6 Züge, also kann ich 6 Züge von hier drüben da rüberbringen, ok, so die Charaktation bisschen mehr, so ja, gucken wir mal, dann gucken wir mal. Mua. 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 So we're going to make an instant peri-serie dann kannst du es mal da nicht mehr blockieren dann sind hier nur noch Ladezüge, ungefähr Ladezüge, ich muss mal ganz auf meine ganzen Zoo reparieren Zwei Millionen, Öl, was bist du, ein Nitrat? Ich werde dich um den, den ich richtig ausgemacht habe mit Fleure. Ladezüge, ich werde dich dren вам nichts tun. Ich werde dich proposiert, wenn du das, oder? Das wird nur 18 zugelassen, wenn das heute jetzt ein bisschen besser laufen wird. Ja, sieht besser aus, sieht besser aus, will ich hier noch eine Doppelbahn auf den und jetzt so, hier hin, so, ob ich das kann, so, hier, hier, wo, hier, warum, also wieder zu droben, wo, hier, haben wir das zu durch, Ich zeig mal, dann auf 1 hinsetzen, dann auf 1 hinsetzen, hier hinsetzen, hier hinsetzen. ... ... Um, 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 um. Um, 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 um Oh, was du denn? So, da habe ich einen, was hier ausfällt. Okay, jetzt noch ein bisschen mehr vielleicht. So. Dann müsste ich auch noch ein bisschen im Schaft. Genau. Das sind vielleicht zwei Möglichkeiten auszufahren. Ja, ich glaube, das ist auch besser. Wir haben heute eindeutig zu vier Züge auf der Strecke. Nein, das ist zu viel. Das wird noch richtig zum Chaos bringen. Und wir haben noch nicht alles aufgebaut oder noch alles umgebaut. Wir sind ja vielleicht mal drei Viertel des Umbaus fertig. Wir haben ja hier angefangen umzubauen. Wir müssen die ganze Produktion stilllegen. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen sollen. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen sollen. Ich weiß noch, wie wir das machen sollen. Ja. Möchtest du was hier anschließen? Ja. Ich werde das hier auch mal... Möhm. Mach ich es so wieder drüben oder brauche ich ein bisschen Geld, dass ich das so wieder auffangen kann? Ja. Ich habe eine goldene Brücke drüber gebraucht. Das sieht ja sehr bescheiden aus. Ich finde nichts schlecht. Ich bin sehr schlecht. Ich bin sehr schlecht. Ich bin sehr schlecht. Ich bin ganz schlecht. Ich bin sehr schlecht. So, machen wir das auch. Wir sind aber auch schon wieder bei 35 Minuten. Ich denke, wieso schlau nicht, auch wenn ich nicht so viel rede. Ihr seht ja, dass ich andersrum bin und gucke, dass das, was ich hier vorhabe, auch reibungslos funktioniert, was gar nicht so leicht ist. Ein bisschen dann vielleicht mal, ich mach das noch zu Ende. Ich werde vielleicht auch nicht zu 100 Folgen schaffen, um das zu kriegen, wie ich das will. Der nächste Mal, dass sie alles verkreisen und gucken, dass ich irgendwie die Gedanken mache, wie ich das baue. Vielleicht können wir mal viel, viel Geld ansparen und das doch mal umbauen und gucken, welche Industrie braucht was. Wir sind ja jetzt in den Umbau von der Streckenführung zu dieser Streckenführung außenrum, sodass die Städte sich hier entwickeln können jeweils. Ja, deswegen gucke ich mal, ob das was bringt, was ich hier mache mit diesem Ring. Aber das werden wir in der nächsten Folge erfahren und im übernächsten Folge. Also seid gespannt, ob das noch so ist, wie ich das will. Danke fürs Zuschauen. Wurzeln Gaming, OpenTDD. Dankeschön. Weiter. Tschüss.